so hallo nächste folge wörtel varianten ich muss gestehen irgendwie wird aus der täglichen entspannung die eigentlich das ganze mal war mittlerweile wieder so ein täglicher zwang dass man es spielen muss weil man sonst wieder eine eine runde verpasst und andere haben es dann gespielt und also irgendwie ne es entwickelt sich geradezu so dieser typischen app die du einmal am tag öffnen muss weil du sonst was verpasst weil das sonst nichts mitbekommst es ist es ist interessant obwohl es anfangen einfach so entspannung war so man hat es ein bisschen gespielt wird es jetzt zu so einem ja wie es gerade gesagt habe zu sondern zu so einem kleinen zwang aber gut so machen wir einmal fünf plus zwei ist gleich die ist quatsch plus null zwei konnte ich glaube ich machen ich glaube das war erlaubt na dann habe ich die null drin ist gleich sieben dann haben wir schon mal fünf zahlen abgefrühstückt und können mal gucken ob mal und plus vorkommen wo das ist gleich steht und so weiter und so fort der anfang ist ja einfach pures pures glückgraten so zack es kommt ein plus vor das ist gleich kommt natürlich auch vor ist aber an der falschen stelle die sieben kommt vor die eins kommt vor keine null keine zwei kein mal okay damit aber noch nicht so viel gewonnen dann gehen wir jetzt aber mal auf die möglichkeit dass es ein zweistelliges ergebnis ist da könnten wir dann ja einfach mal sagen wir rechnen 34 plus plus 6 minus 1 ane jetzt ist jetzt ist schon zu viel okay war eine dumme idee und eigentlich kann ich direkt 34 plus 61 sorg da käme raus da kommt was mit 5 raus das ist müll 5 kommt ja gar nicht vor dann machen wir nicht plus 61 dann machen wir halt bloß was weiß ich plus 14 es sind so viele vierer ich will ja ein paar mehr zahlen testen können dann machen wir halt plus 19 und dann kommt da raus ne ist schon wieder was mit vier auch kommt schon ich will doch ein paar mehr zahlen testen können dann machen wir mal 31 dann ist hier die 1 jetzt halt so jung ist ja egal plus bloß ach stimmt ich will ja die sieben auch noch unterbekommen plus 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 wie machen wir das denn am schlauesten ich bin schon wieder viel zu weit ich könnte ich könnte das ergebnis ja was mit sieben rausbekommen dann brauche ich eine sechs hier na dann machen wir doch plus 46 ist gleich ja gut jetzt haben wir die sieben doppelt was wäre wenn ich plus näher hier bloß 67 ist dann doch ja ich krieg so oder so eine doppelte zahl kommen es wurscht will machen jetzt das ist gleich 77 okay ist ja jetzt nicht so dramatisch haben wir halt die sieben doppelt wir wollen kontrollieren ob das ist gleich hier steht wir wollen kontrollieren ob das plus hier steht das sind zuerst mal die wichtigsten sachen und wir wollen schauen ob jetzt die wichtigen zahlen haben enter okay das ist gleich ist an der richtigen stelle 347 ist nur eine dabei okay gut ansonsten ist noch nichts an der richtigen stelle oh je allein das plus ist schon nicht an der richtigen stelle jetzt ist es aber interessant denn wenn das plus okay das ist sehr interessant das bedeutet wir haben zwei rechenzeichen wir haben zwei rechenzeichen weil ich schreibe das mal kurz hin angenommen was weiß ich jetzt darf ich nicht mit der 1 starten angenommen wir hätten das plus hier achso ne es könnte ja auch es könnte zweimal ein plus sein das wäre noch denkbar dann kann immer noch eine zweistellige zahl rauskommen ja nick ich habe nichts gesagt okay ich habe nichts gesagt es könnte zweimal das plus sein das habe ich noch gar nicht ausgeschlossen jetzt okay dann lasst uns mal kurz was basteln aus dem was wir zur verfügung haben also die 1 darf nicht vorne stehen dann lassen wir jetzt mal die 6 vorne stehen dann machen wir 6 plus 1 ach ne aber jetzt doch das plus hier ist ja richtig das nächste plus ist richtig jetzt haben wir 7 dann machen wir nochmal ich muss noch eine 7 unter bekommen jetzt haben wir insgesamt 7 wenn ich jetzt plus 7 machen würde ist 14 also das ist schlecht dann komme ich jetzt aber auch nicht mehr auf etwas mit 7 das ist auch schlecht dann ist plus 1 eine schlechte idee gewesen dann machen wir doch am anfang die 7 hin machen wir 7 plus 1 so jetzt sind wir bei 8 dann haben wir plus das hätte ich jetzt zur option ich hätte 9 als option plus 9 dann würde ich bei ist gleich 17 landen das will ich aber gar nicht weil dann hätte ich die 7 doppelt das ist ja nicht das was wir wollen dann delete plus 8 würde ich bei 16 landen dass die 16 doppelt vorkommt ist noch nicht ausgeschlossen und auch dass die 1 doppelt vorkommt ist auch noch nicht ausgeschlossen die frage die wir uns jetzt also stellen wollen ist gibt es 2 plus oder ist es nur ein plus und vorher kommt halt minus zum beispiel kann ja auch sein wissen wir noch nicht haben wir noch nicht gründlich genug kontrolliert also gucken wir mal was jetzt die sache ist also 7 plus 1 plus 8 ist 16 habe ich alles verwendet was ich brauche die 1 ist dabei die 7 ist dabei die 7 ist nur einmal dabei das ist gleich ist an der richtigen stelle eine 6 ist dabei ja doch ich habe alles verwendet was ich brauche jetzt gucken wir mal was passiert ok es sind tatsächlich 2 plus ja es sind tatsächlich 2 plus es ist nur eine 1 die 8 ist raus jetzt wird es interessant jetzt haben wir nicht mehr viel zur verfügung ok aber es sind tatsächlich 2 plus und es kommt was raus logischerweise wenn ich drei einzelne zahlen zusammen addiere dann komme ich doch ich käme könnte schon auf was mit 20 kommen aber in dem fall nicht ok so nachdem die 6 und die 7 einfach nur nicht an der richtigen stelle wieder mal ist und die 7 auch nicht dahinten stehen kann kann die 7 jetzt nur eine davon sein ja moment wieso sagt er denn ok wieso sagt er die 7 ist hier falsch wenn die 7 nicht hier hinten stehen darf nehme ich auf eigentlich ich muss mal kurz gucken ja die 7 darf nicht hier hinten stehen aber dann wäre ja die 7 eine von denen hier und dann ist es doch eh kommutativ was ich wann addiere ich dachte kommutativität ist doch erlaubt hier dann ist doch egal ob die 7 hier steht oder nicht verstehe ich jetzt nicht ich würde jetzt gerade gerne mal provozieren und die 7 hier lassen weil kommutative antworten sind doch erlaubt haben wir doch gelesen das ergebnis kann nicht 17 sein also muss die 7 eine von den zahlen sein die ich hier addiere dann ist die doch hier erlaubt kommutativität ich lass die hier ich lass die hier ich provozier das jetzt ist mir egal so 7 plus ok es kommt eine 6 vor die 7 kommt nur einmal vor haben wir die 9 schon irgendwann mal kontrolliert ne die 9 haben wir noch gar nicht kontrolliert ok ich kann auch nur addieren ich darf nur addieren ich darf auch nur einmal also die 1 kommt auch nur einmal vor die 1 darf ich hier nicht mehr setzen also ich muss jetzt hier addieren was noch übrig ist die 7 kommt nicht doppelt vor die 6 wissen wir noch nicht ob die doppelt vorkommt die könnte doppelt vorkommen aber jetzt machen wir mal 7 plus 9 plus 6 was käme denn da raus aktuell was käme denn da aktuell raus 7 plus 9 ist ne da bin ich über 20 da bin ich über 20 ok das wird interessant da bin ich über 20 warte dann muss ok die 6 kommt doppelt vor es muss so sein das ist die einzige option die ich habe 19 muss hinten stehen das ist jetzt die einzige option die ich habe und kommutativ muss erlaubt sein also wenn jetzt sagt nö das ergebnis ist 6 plus 7 plus 6 weil guck mal die 6 hier will er ja nicht die 6 hier hat ihm nicht geschmeckt aber wie soll es denn anders gehen also will er die 2 6 hier vorne haben wahrscheinlich ok wahrscheinlich zählt die kommutativität erst dann wirklich beim richtigen ergebnis dass er sagt ok lass ich auch zählen und vorher sagt er halt hier darf keine 6 stehen das ist dann aber ein bisschen irreführend muss ich gestehen also so müsste es doch jetzt passen jetzt haben wir 12 plus 7 ist 19 auf jeden Fall darf die 7 nicht hier hinten so das ist klar das hat mit kommutativität nichts zu tun hier darf auch nicht die 6 stehen das muss so rum funktionieren geht auch gar nicht anders ja habt ihr es gesehen jetzt hat er es nämlich akzeptiert als kommutativität aber vorher hat er gesagt dass das hier falsch ist also nicht an der richtigen Stelle da das ist ein bisschen mhm das ist ein bisschen frech aber wie soll er denn ja ok aber wie soll er es auch anders sagen er kann ja nur sagen die ist falsch ja die kommutativität ist eine interessante Geschichte ok also er wollte halt weiß ich nicht können wir das nochmal gucken ja er wollte 6 plus 6 plus 7 haben so aber deswegen habe ich jetzt auch gesagt ich provoziere das jetzt dass ich die 7 da vorne stehen lasse weil mich das interessiert hat ok interesting gut gehen wir mal zum Elefanten im Raum gehen wir mal zu Semantle ich will es mal kurz probieren also ich denke das ist eine Geschichte die nicht sonderlich klug ist fürs Let's Play weil ich glaube da kann man sich totraten in Anführungszeichen ich aktualisier jetzt einfach mal die Seite und wir gucken was passiert ne ich muss mal hier erstmal so den Teil da weg machen jetzt haben wir jetzt einen neuen Guess ja wir haben einen neuen Guess ok gut genau yesterdays Virtuous Vault da steht es nochmal ok ja ich bin gespannt ich probiere einfach jetzt wieder ein paar Sachen rum aber ich sag mal ich glaube so nach nach 50 Guesses die schwachsinn sind mache ich dann GIF ab und wir gucken einfach mal ne ich denke ich fürs Let's Play am schlauesten ich starte einfach mal mit Haus das war stabil dann wird es wohl nicht in die Richtung gehen Haus oder Garten oder so ok Garten geht näher ran aber auch nicht wirklich viel probieren wir einfach mal so ein paar Wörter Blut River River ist schlecht World ok 0,00 gibt es dafür auch einen Preis dass man es komplett versaut hat ok Human gehen wir in die Richtung Human na auch nicht wirklich gehen wir in die Richtung irgendwas zu essen oh ich muss treat all input as lowercase anmachen ich glaube sonst kriege ich Probleme ähm gehen wir in die Richtung Schule ne gehen wir in die Richtung Pause ne Politik irgendwas in die Richtung don't know the word Politik was ah ich habe es falsch geschrieben ups Politik ne nett polite ne keine Ahnung wet nass wow das ist bisher das nächste aber noch nichts sonderlich brauchbares bei nass gibt es auch trocken ok ist es dann ein Adjektiv was wir suchen vielleicht maybe äh was gibt es noch für Adjektive hot oh hot geht sogar näher ran ok interesting 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 ähm cold oh ne cold ist immer noch cold mhm aber wir bleiben mal bei Adjektiven Adjektive sind bisher hier der der Burner ähm was gibt es noch so für Adjektive die irgendwelche Temperaturen beschreiben ähm vielleicht sind sie auch keine Temperaturen keine Ahnung calm ist jetzt zwar keine Temperatur aber was soll's ne da bin ich wieder raus ok ah warte mal cold ice ne schade ah ne hot war ja bisher am nächsten was ist mit fire ne ok schade ähm machen wir mal wieder was ganz was anderes Flugzeug ne ok amerika ich weiß doch auch nicht ja ok wird immer schlechter ähm mhm fenster window immer in Richtung computer ne also ich ich glaube bei den Adjektiven waren wir noch schon ganz gut dabei mhm slow u u u der erste grüne Balken ok Geschwindigkeitsangaben fast ok 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 slow eine Schnecke ist slow snail ok das ist Quatsch slow quiet ne gefällt ihm auch nicht warum war jetzt slow so stark was ist mit autos irgendwas car traffic small hmm tiny ne also slow war bisher am stärksten slow velocity ne ne warum war slow so stark slow 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 was könnte ich damit anfangen slow speed was ist mit speed ups ich kann nicht mehr schreiben hab ich jetzt die Aufnahme gestoppt nein ich darf nicht auf Ö kommen ich kann alles schreiben außer dass ich auf Ö komme das ist dann schlecht speed ne sonic aber sonic ist nicht slow äh slow was ist denn noch slow 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 gut man könnte jetzt noch so weitermachen mit zu sagen wie slowness oder so keine Ahnung ok das gefällt ihm nicht slowy gibt es das keine Ahnung gibt es nicht ok hm slow warum war slow so stark verdammt das 501 nächste wort slow 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 damit bin ich jetzt halt schon so ein bisschen wieder gedanklich am aussteigen slow ich meine wir hatten gerade speed nicht aber was ist mit high speed ich meine ich weiß slow ist eigentlich gerade kein high speed internet ist slow ach man connection ist slow er ist alles schwachsinn ok slow 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 was gibt es denn noch so für Wörter die wie slow von der Bedeutung her sind langsam tired müde hm nicht so wirklich zufrieden was heißt denn träge was heißt denn träge ah scheiße was heißt denn träge auf englisch ich weiß nicht was träge heißt oder faul was heißt denn faul lazy naja es geht in die re warte laziness geht es schmeckt ihm nicht macht nix ah slow lazy tiny hatte ich schon ne ich tipps nochmal ein und ich glaube tiny hatte ich schon ja ja das war guest 30 der ist schon raus ähm ein traktor ist slow gibt es traktor das ist aber scheiße es ist noch slow ich weiß ich hab keine Ahnung people sind slow ist aber quatsch nee wir kommen wieder viel weiter weg wir kommen wieder viel weit weg ich probier mal weitere Adjektive muss ja nicht mit Geschwindigkeit zu tun haben es ist ja nur so ein Indiz slow ähm dirty ist auch ein Adjektiv geht schon wieder in die richtige Richtung also da ist noch nicht richtig aber dirty gibt es muddy so schmutzig ja weiß ich ob das so heißt aber ich denke mal hm dirty muddy slow careful oh ok ok careful ist noch näher dran wie slow careful vorsichtig slow careful vorsichtig slow hm hm tja aber so langsam ich habe ja gesagt bei 50 höre ich auf jetzt sind wir schon bei 46 ich denke so langsam haben wir dann die Zeit auch für das hier aufgebraucht die ich mir dafür nehmen möchte careful careful was könnte es denn noch geben careful es geht alles in die richtung slow vorsichtig aber ich weiß es nicht aber ich weiß es nicht ich meine ich kann auch mal carefully schreiben aber das wäre irgendwie ich meine gutes das ist sogar weiter weg das ist wieder interessant ne das ist wieder richtig interessant das ist dann wieder ganz weit weg plötzlich careful neu sie ist zwar wieder eine ganz andere richtung aber es ist ein adjektiv oh mein gott auch das gibt einen grünen balken oh slow war besser als ups äh die zahl müssen ja größer werden die zahlen müssen größer ok noisy laut laut ist wieder jetzt wird es echt interessant noisy slow careful wie hängt das denn zusammen noisy slow careful wie hängt das zeug denn zusammen was ist mit noise also noise ist dann aber wieder raus wahrscheinlich ja also wir sind wirklich bei adjektiven noisy laut macht er dann nicht mehr was ist mit ne still ist glaube ich kein ja ja still ist kein wie heißt das wenn man leise ist quiet habe ich schon gehabt quiet hatte ich schon noisy dass sie careful slow noisy den hätte ich jetzt nicht gesagt dass die eine ähnliche bedeutung haben aber okay kalm hatte ich kalm schon kalm hatte ich kalm schon ja war mein 16 der gäste hmm dangerous hatte ich sowas schon Oh mein Gott Jetzt hat es aber hier reingeschöppert Okay, Danger ist dann aber wahrscheinlich wieder weiter weg Also wir sind ja wirklich unterwegs bei Ja, ja, wir sind ja wirklich als Adjektiv unterwegs Dangerous Careful, noisy, slow, dangerous Ha, aber wir sind nah dran Also selbst wenn ich jetzt abbreche, wir waren echt nah dran Dangerous Was könnte es noch so geben? Dangerous Explosive, keine Ahnung Es passt irgendwie nicht mehr so ganz, aber Ne, passt auch nicht mehr so ganz Ha Dangerous Dangerous Scary Ne, sind wir wieder weiter weg Dangerous Was gibt es noch so für gefährlich? Aber diese Entwicklung Careful, slow, noisy, dangerous Es wird immer dramatischer Dramatik Schade Dangerous Extrem Schade Risky Bruder 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 13 nächstes Wort Oder kann ich das so zählen? So ist doch, so kann man das doch zählen Das 13 nächste Wort Whisky Dangerous Whisky Oh mein Gott Wir sind echt nah dran Jetzt will ich hier nicht mehr aufhören Jetzt will ich nicht mehr aufhören Mist Ah Also Das ist eigentlich das Gegenteil von Careful Wir gehen in eine ganz andere Richtung Wir sind nicht mehr careful Careful ist vorbei Wir sind jetzt risky unterwegs hier Also wenn ich jetzt Whisky mache, bin ich aber wieder raus Weil Ja, das gefällt ihm nicht Wobei, das nimmt er auch sogar ein bisschen mit an Also das ist noch besser gewesen als careful Ne, ist es nicht Nicht besser als careful Wir haben nichts gesagt Ich habe nichts gesagt Whisky Aber Risiko ist ja glaube ich Also das schreibt man ja auch anders Da schreibt man ja Ja, ja Passt schon Ich glaube, so kann man es auch nicht schreiben Ne, passt schon Also Whisky ist ja Risiko Whisky Hm Oh Gott Ich Ich glaube, ich breche hier ab Ich denke, ich bin zufrieden Ich bin Ich denke, ich bin zufrieden mit der Nähe, die wir erreicht haben Ich glaube, ich bin mit der Nähe wirklich zufrieden Also wir waren fast in den Top Ten Wir waren fast in den Top Ten Ah, Whisky Was gibt es denn noch in die Richtung? Was gäbe es denn im Deutschen in die Richtung? Risikoreich Gefährlich Äh Waghalsig Was könnten waghalsig auf Englisch? Weiß ich nicht Gibt es Wagey oder so einen Quatsch? Nein, okay Gibt es Wagey? Nein, okay Ähm Waghalsig Risikoreich Gefährlich Unvorsichtig Was heißt denn unvorsichtig? Vorsichtig ist ja careful Aber was ist unvorsichtig? Uncareful? Gibt es sowas? Ich glaube nicht Habe ich noch nie gehört Wedenfalls Ne Kenne ich auch nicht Okay Not careful Was sind denn so Wörter wie fahrlässig auf Englisch? Ich würde gerade fast am liebsten kurz mal fahrlässig nachschauen, was das heißt Weil fahrlässig Ich würde gerade gerne fahrlässig mal eintippen Dafür muss ich aber kurz nachschauen, was fahrlässig heißt Ich sehe das jetzt nicht als Cheaten ein Ich will nur wissen, was das Wort auf Englisch heißt Ich muss ganz kurz hier auf Google Moment Negligent fahrlässig Fahrlässig Englisch Careless Oh, careless Das ist eigentlich mein Uncareful Wenn man es so will Das ist eigentlich mein Uncareful Jetzt habe ich auch den Übersetzer Offense Könnte ich euch da jederzeit drüber nehmen Was heißt denn grob fahrlässig? Was heißt denn grob fahrlässig? Negligent Okay Was heißt denn vorsätzlich? Intentional Okay Probieren wir die mal kurz durch Intentional Okay Das ist ganz woanders Was war dieses Neglig irgendwas? Aber wir machen erst mal Care Careless Oh Wir sind irgendwie in dieser Richtung unterwegs Was war das andere? Neglig Ich habe es vergessen Grob fahrlässig Irgendwas Grob Fahrlässig Negligent Das Crossly kann man mal weglassen Negligent interessiert mich Negligent Schade Ha Ich denke wir brechen hier mal ab Ich werde nicht drauf kommen Ich sitze hier eine Stunde bis wir drauf kommen Das will ich nicht Aber ich denke mit Whisky waren wir schon ganz gut dabei Ich breche mal ab und wir gucken was es ist Yes I am sure I want to give up Costly Okay da wäre ich In die Richtung wäre ich nicht gegangen In die Richtung wäre ich nicht mehr gegangen Okay In die Richtung wäre ich nicht mehr gegangen Was hat der so alles als Dings gemacht? Expensive Würdensam Purbative Wanderous Inconvenient Ne Auf Costly wäre ich nicht gegangen Niemals Da wäre ich nicht drauf gekommen Whisky Dangerous Das ist eigentlich Dann tatsächlich eher gesagt Aus meiner Sicht Da ist es weit weg Was hat der noch so gehabt? Frustrating Uneconomical Ja Ne 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 Wäre ich nicht hingekommen Da wäre ich nicht hingekommen Ist in Ordnung Akzeptiere ich Akzeptiere ich vollkommen Okay Cool Aber ich denke mit Whisky Hatten wir schon ganz gute Ganz gute Ideen So Ganz schnell noch Quirrdl Jetzt hier Gas geben Wir starten mit Coins Dann ist das O und I raus Zack Dann machen wir was mit A und U Und zwar Nehme ich noch auf Yes Ne Quatsch A und U E wollte ich eigentlich Hier Na sag schnell Ich hatte gerade was im Kopf Das ist weg Frame Frame Genau A und E ist hier dabei Zack Okay So Jetzt können wir mal gucken Was einzige Der einzige Vokal Den wir jetzt noch nicht Rausgebracht haben Ist wieder mal das U Alles bauen wir noch Irgendwo anders ein So guck mal Hier haben wir nämlich Schon eine ganz gute Geschichte C ist am Anfang R, A, M R, A und E Kommt auch vor R kommt aber nicht An der Stelle Also könnte das hier kommen Dann könnte hier das R kommen Cari Gibt es nicht Cari 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 So rum Ja das Das würde jetzt mir nicht allzu viel Gewinn bringen Leider Das würde mir jetzt nicht allzu viel Gewinn bringen Aber ich könnte hier ein bisschen Klarer machen Wo die R Hingehören Ah ne ich hab kein E Ich bin dumm Ich hab kein E Ah Cream Ne Cream geht auch nicht Das wäre das R an der Stelle Ähm 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 Hm Sieg Siere 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 Gibt es da was irgendwie Wüsste ich aber nicht Ähm Warte clear Das wäre jetzt aber tatsächlich denkbar Dann hätte ich auch noch das L irgendwie geklärt Ja Dann haben wir hier auch noch das Ja okay dass das E hier nicht sein kann Wissen wir Ah ja Viel Gewinn ich hiermit auch wieder nicht Ah was soll's Wir probieren clear aus Scheiße Aber das R ist hinten Okay Das R ist hinten Aber dann würde ich jetzt hier erstmal nicht weiter raten Dann würde ich jetzt hier erstmal nicht weiter raten Weil wir müssen glaube ich noch Wir müssen glaube ich noch Ähm Ich glaube ich mach noch irgendwas mit U Und den Buchstaben die noch übrig sind Ähm Puh U Ne Ähm Zu Kann man zu irgendwas bauen Ähm Ne Ist mit zu Ist nicht so Ich will irgendwas mit U noch kurz basteln Wir nehmen mal Pause Ähm Dann ist zwar nicht überall Das E so ein richtiger Gewinn Äh E hatte ich jetzt meistens ganz hinten Aber wir klären das P noch ab Wir klären Hier zum Beispiel ob das A hier liegen kann Das A muss jetzt Ja okay das A muss jetzt hier liegen Das wissen wir jetzt an sich schon Dass das A hier liegen muss Ähm Dann wissen wir zeitgleich Dass das E übrigens hier liegen muss Warte mal Vielleicht kann ich da oben einfach weitermachen Wir wissen jetzt Das A muss hier liegen Es muss Mit ER aufhören So das geht gar nicht mehr anders Es muss mit ER aufhören Dann machen wir jetzt da oben kurz den Sack zu Dann machen wir oben kurz den Sack zu Ähm Die Frage ist wie viele Möglichkeiten gibt es Cater Cater gibt es Das ist schon mal schlecht Weil das ist eins was ich nicht gedacht hätte Dass das es gibt Gibt es Caper Oh nein Gibt es Caper Nein zum Glück nicht Gibt es Caper Scheiße Jetzt habe ich schon drei Optionen Ich fange hier nicht an zu raten Ne okay Dann machen wir trotzdem kurz die Pause Dann haben wir nämlich das P geklärt P kommt vor Dann ist es hier oben Caper So zack Raus damit Okay So dann haben wir Caper Hier drin Ähm Hier haben wir noch gar nichts gewonnen Jetzt haben wir noch vier Vier Versuche Aber hier könnten wir jetzt glaube ich Den Sack zumachen Mal gucken ob es hinhaut Also R Ist An der zweiten Stelle E ist fest An der Vierten Also an der letzten Stelle Und es kommt ein O Auch noch vor Ja okay Das ist nicht allzu viel Was wir gewonnen haben Scheiße Ah Das ist nicht allzu viel Was wir gewonnen haben Hm Es ist noch nicht ausgeschlossen Br Br Brot Gibt es nicht Brot Gibt es auch nicht Broke Wir haben das K noch nicht ausgeschlossen Das wäre eine denkbare Geschichte Dann können wir das K Jetzt so noch kontrollieren Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten Wie Broke Scheiß drauf Wir probieren es aus Also aktuell dürfte es zumindest nicht Es widerspricht nicht den Sachen Die wir hier haben E ist hier Wo es sein muss K haben wir noch nicht ausgeschlossen O kommt vor R ist da wo es sein muss B haben wir noch nicht ausgeschlossen Broke Scheiße Okay Kein B Kein K Aber das O ist da Wo ich es hingesetzt habe Hm Was kann noch vor dem R stehen Wrode Wrode könnte es auch sein Problem ist Wenn es jetzt das nicht ist Haben wir schon verloren Wenn es Wrode nicht ist Haben wir schon verloren Okay hier habe ich jetzt das O gewonnen Dass das O fest liegt Hier habe ich das B und das Okay lasst mich hier mal kurz gucken Das B und das A ist fest Und es kommt noch ein E vor Das ist auch nicht wirklich viel Ja wenn es Wrode nicht ist Habe ich verloren Aber im Moment könnte man Wrode nicht ausschließen Ja komm Scheiß drauf Okay Dann ist das T vorne Tro Aber was kommt denn dann Trove Trove Okay Ja nevermind Eins kann ich noch machen Eins schaffe ich vielleicht noch Ähm Ja hier haben wir nichts gewonnen Hier haben wir jetzt ein bisschen was gewonnen Wir wissen das O ist Kommt vor Das T ist nicht am Anfang Das T ist nicht direkt nach dem O Ein U kommt vor Ein O und ein S Also wir haben alle Buchstaben Wir haben alle Buchstaben Dann könnte das Sto sein Stu Stut Gibt es sowas Stuk Stu Stui Äh eher nicht Stuck Komisches Wort Ne also vielleicht nicht mit Sto Muss ja nicht sein Kann ja auch mit OST aufhören Hm Es müsste jetzt Denkbar Es muss jetzt möglich sein Das Wort zu bauen Wenn das S Nicht vor dem O kommt Äh wenn das S nicht am Anfang kommt So rum Oh was ist denn mit South Warte ich habe Hä Wir haben noch gar nicht alle Buchstaben gehabt Ne Eins Zwei Drei Stimmt wir hatten nur vier Buchstaben South wäre denkbar Schaut Okay Schaut Und Bidi Ja gut Ja gut Ich habe hier oben Naja Naja Dann nicht So Englisches Wörtel Zack Englisches Wörtel Wir starten mit South Weil es mich gerade geärgert hat So Ach gucke mal Und T kommt vor Hm Tower Schließt Nee Tower war blöd Ich habe nichts gesagt Äh Oh Other 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 ist noch nicht ausgeschlossen Nee doch Other ist ausgeschlossen Kein H Äh Otter Gibt es Otter Als englisches Wort Oh mein Gott Es gibt Otter Als englisches Wort What Okay Heißt Otter Einfach Otter Man weiß es nicht Aber das ist interessant Wir haben fast alle Buchstaben schon Okay Äh Ja Nun Also Kein zweites T Aber ein T Kommt vor Aber heißt es jetzt Das T darf nicht in der Mitte stehen Oder ist einfach nur Kein zweites T in der Mitte Das irritiert mich gerade Also dürfte ich jetzt Rot bauen oder nicht Wahrscheinlich nicht Ne Hm Re Re Das ist mal Orre Orre Nee ist komisch Aero Bis Aeron Nein Nein Das ist auch komisch Lass mal mit T anfangen Tr Tro Trove Trove ist aktuell nicht ausgeschlossen Oh mein Gott Das ist Okay Gut 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 Dann nehmen wir das Dann nehmen wir das Kein Thema So Sechs mal fünf Ähm Wir starten mal mit dem Klaus Gut wir starten nicht mit dem Klaus Schade Dann starten wir halt mit dem Gar Garde Wir starten mit der Garde So Okay A und E sind schon fest R kommt auch vor Ra Rabe Ich bin überzeugt davon Das Wort ist Rabe Okay es gibt das Wort Rabe Schreibt man es mit einem B Mit einem A Ja wer weint Wie kam ich denn auf Rabe Ähm Ähm Ist nicht ausgeschlossen Die Rasse Oh okay Gra Ist sogar wie es losgeht Die Ratte Ratte ist auch denkbar Okay keine Ratte Dann ist es vielleicht auch Kein Doppelbuchstabe Hm Ne Doppelbuchstabe Wüsste ich jetzt nicht mehr Was noch möglich ist Ne Okay was könnte noch Zwischen Ra Und E stehen Ähm Raune Ist nicht ausgeschlossen Okay Er will nicht raunen Hm Bleib mal bei Rau Raufe Okay Tatsächlich ein Rauwort Die Raupe Die Raupe Nimmersatt Sehr schön Jut 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 Dann bedanke ich mich Fürs Zuschauen Das war eine Dreiviertelstunde Die ich schon wieder Zeitverlust habe Ha Also ich glaube Semantel ist nicht Ich weiß nicht Wie gefällt euch Semantel Sagt mal was dazu Interessiert mich Ob ihr da Also Ob ihr das Unterhaltsam findet Oder eher nicht so Und ja ich weiß Ich sollte Things spielen Ich hätte Ja es ist halt wieder So ein Part geworden Irgendwie Ich habe es ja schon Am Anfang gesagt Jetzt ist so dieser Tägliche Zwang da So aus Aus Entspannung Wird täglicher Zwang Es ist ein bisschen Es macht Spaß Keine Frage Aber jetzt fühle ich mich Aktuell schon wieder Verpflichtet Das zu machen Einfach weil man sonst Irgendwie was verpasst Und es ist echt schwierig So Aber das ist Irgendwie Irgendwie funktioniert es halt so Keine Ahnung Danke fürs Zuschauen Und tschüss